ja ja da die aufnahmedatei nichts aufgenommen hat habe ich gedacht das wirklich wenn es scheiß mich ja nicht ich meine schaut ich nehme so viele Runden auf mit diesen Typen da und ich werde okay wer ist er eigentlich aber nachher ich werde es nachher noch alles auf den Bund schmeißen erstens mal die aufnahme war scheiße ok ja danke fürs verstehen so wer wer ist der Typ dort ja hallo hallo ich bin dein Schätzchen, nein Spaß, nein Spaß ich bin der WUKU ja das ist der roten Spiegel noch mit Millionen und ja hallo mein Name ist WUKU it's me ich habe schon ein Schwert also ein Schwert ok gut ja ich habe schon ähm was wir tun nicht ey wir müssen eigentlich hier die Kohle abbauen und so das sind Eisen überall ja aber wir können das wir können das nicht die Bienen bestehen nicht aus Stein da müssen wir eigentlich was jetzt einfach was ich jetzt einfach loswerden will ist der Typ da wird seine Videos bei mir hochladen das heißt ich werde nicht mal allein aufnehmen ihr kennt schon den Namen G-Geist das hat einen Grund G-Geist ist für so eine Gruppe habe ich erfunden also das auf meinem Kanal so G-Geist ist einfach bei mir so so nenne ich ja ähm so so LPT's G-Geist so ist so wie eine Crew Name und ich habe einfach ja wir hatten einfach so Bock drauf der hat sogar ein Mikrofon extra dafür gekauft das ist wirklich wichtig also dankeschön ähm so ein Mikrofon ist wirklich gut und ich bin ein wenig neidisch aber ich musste nicht so neidisch sein ich habe eher ein Mikrofon der fast 100 freizfreie ok um um Preis der Preis spielt nie eine Rolle aber naja ein wenig ähm Bass Sättigung und so ist dabei also erzähl mal ein wenig über dich magst du Schokolade äh ich lebe für Schokolade Schokolade ist wie Gold richtig Goldig ähöhöhöhö nein also alles klar ja ok wie Jin schon erwähnt hat ich bin jetzt auch dabei und nur kurze Frage hast du Holz? ähm ich habe hier übel viel Holz hier ja danke dann kann ich was zusammen also das könnte wahrscheinlich sein ja ja also ACHTU 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 PENNER PENNER sterben sterben müsste er sterben müsste er äh dort ist noch einer ja oh mann ja okay halt ähm wie Jin schon sagte ich bin jetzt dabei lade auch Videos hoch und natürlich versuchen wir viel zusammen aufzunehmen möglichst so wie es geht und ja ich hatte da auch schon so ein zwei Ideen unter anderem ein Let's Play wo entweder wir beide irgendwie was zocken und zusammen schneiden oder wo nur ich was zocke also als Background Play sozusagen und ja dazu erzählen wir eigentlich Geschichten aus der Schule aus unserem Leben von unserem lieben Herr Lehrer Herr M Punkt wie wir ihn nennen und ja das ist so ziemlich das eine bis jetzt und vielleicht noch GTA weil es lustig ist und wir richtig äh spezielle Leute sind hehehehehehe okay mit speziell ähm ich glaube ich suche eine Klinik auch für uns später wisst ihr ja nie was passiert vielleicht wären wir eines Tages so ähm Klinik nötig haben das ist wirklich nötig haben dass dass der Typ da brennt der Typ brennt der Typ brennt jaaa brennt brennt ahja der brennt wirklich der sollte noch mehr brennen der sollte noch mehr brennen der sollte noch mehr brennen der ist der hat Wasser what du bist tot gg egal ich hey du warst der dritte ich bin dritter das ist wirklich gut das ist keine schlaggeleistung also meine Tastatur gibt äh den Geist auf neiiiin äh ja ähm was ich jetzt langsam tun werde ist äh ich spiele eine andere Art von Skywars und zwar die Mega Skywars weil ich finde die kurze Skywars die ist wirklich verdammt kurz und das ist wirklich ähm aufwendig vor allem das mit dem schneiden und so jetzt mal ne neue Runde okay das ist überhaupt nicht aufwendig das ist gleich aufwendig wie als würdet ihr ähm GTA 100 spielen und so aber ja ist scheiß egal es gibt GTA 100 waaaah äh ich dachte er hat bei einer so viele Hände ihr seht schon wir sind wirklich Klinik Not also Klinik braucht uns nicht wir brauchen die Klinik die Klinik kommt uns äh wegen unseres Versicherungsgeld und naja gut ich hoffe dass wir zusammen in einem Team kommen wuku bist du hier du woher du wuku ja wuku ist ja ok ja ja schätzle schätzle über die ja ja schätzle also hast du schon jemals doch spätzle 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 sind gut ich mach spätzle hast du schon jemals hast du jemals ne Fliege in ne Dose reingesteckt oder so ein Glas äh ja ich glaub ich hab mal in so ne Flasche ich hab ich hatte mal so ne Flasche und das sieht wirklich danach aus als hätten wir wären wir in so ne Flasche zusammengeklatscht ist wirklich witzig äh irgendwie noch keine Kisse bekommen weil alle anderen mir das weggestackt haben ähm wenn du was brauch ich ich kann ich könnte Holzschwert für dich craften oder ist das noch Zeug ah der ist weg weg ähm ok warte ich mach jetzt ich mach jetzt für dich was crafte erstmal so ist da Workbench Workbench keine Workbench ah da ist Workbench ähm oh die haben Speed gegeben ja ich sag dir was ich würde die Eisen abgraben die meisten nehmen die Eisen überhaupt nicht weg ok es gibt schon ja es ist je nach Runde anders das die Eisen wegnahm rate rate voll ich beschissen ja beschissen äh schissene das ist das ganze ist der ganze weisst du das ist das ganze weisst du ja da sind überall Eisen und die nehmen das nicht weg mich würde sie haben wenn die Flasche sterben ja aber ich nehm es jetzt grad weg weil ich äh ich liebe Eisen Eisen ist das Gold von Minecraft das ist wache Gold ok ich bin wache ich bin wache oben hehehe die haben schon angegriffen eiskalt sind schon losgegangen ich klaue einfach Eisen aus der ach die kommen die kommen von der Seite ach die kommen von der Seite die haben der Nutzer ich hab sie die kommen von die kommen von dort von dieser Seite du 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 Achtung ich hab ihn umgebracht oh shit ich hab alle seine Sachen ich hab geklaut ich hab geklaut ich hab geklaut ich bin aus ja nicht auf ihn los nicht auf ihn los kannst du mir was geben ich hab kein Schwert und ähm nein ich hab eben leider nichts darum pass auf ok ich spiel Tower Defense ich spiel Tower Defense ähm was ist das Problem ist die können auch von oben kommen das heißt wir müssen hier ähm spielst du vielleicht Blacksmith oder so dass du diese Sachen weglebst aber das sind glaube ich nicht ja kann ich schon kann ich schon aber ich brauche noch ein bisschen ja egal ich mach mir mal ein Schwert zuerst ok ich defende ich mach Tower Defense oh der hat eine Achtung der eine da hat ne russi gute russi ja ich brauche erstmal noch ein Diamantön und äh noch ein Diamantön das ist hier auch halten derweil ja ich halt sie auf ich geh schnell nach oben oh fuck 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 das Tower Defense Hardcore das Tower Defense Hardcore das Tower Defense Hardcore Eier schmeißen als ob das etwas ist ein Diamant Schwert weil es war weil es eh schon jeder hat und ja ich bin endlich modern geworden ok die Maus Sensibilität steh ich einfach rum ähm ach du der Typ kommt Typ kommt Typ kommt oh ich bin gestorben durch zwei alter zwei Hits alter was 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 ich hab ihn geschlagen ich hab gesagt der kommt hab dir den etwa viermal geschlagen ich hab mich zweimal und da war ich tot ich weiß es alles klar unfair 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 das ist da ein Hacker über ein Hacker 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 Bann forever Bann forever Sight Hooks and Bann bitte ja genau zu dem hast du ja auch ein Video hochgeladen ja zu dem aber ich hab ein Video hochgeladen super Sight Hooks and Bann aber du bist du bist doch der Einzige es gibt auch immer auf gomme hd also auf gomme dort net oder wie das jetzt auch immer heisst ja ich bin da schon lange nicht da drauf gewesen da gibt es auch Fälle von ja Spieler die gebannt werden ohne Grund und ja also ich nicht aber ich hab schon viel gelesen und das tut mir leid ich kann nichts dafür so das unfair was ich jetzt auch noch loswerden will ist ich hab jetzt gerade vergessen was ich sagen wollte aber mhm 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 für ohne Grund und so das ist alles nur Spaß und Humor Ne 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 nicht wieso wir den Ladel hassen wieso machen wir ein Video erstmal über ihn Kasatz nein ich ne aber hört mal zu menschen hier im Internet wir hassen ihn nicht so dass wir gerade wünschen dass er stirbt aber äh Wie man das passt ja aber wir haben einen Grund dafür dass wieso wir ihn so kacke finden also mal erstens der der typ kann überhaupt nicht erklären als lehre ich weiß nicht unsere schule ist wirklich überbewertet wir haben nämlich so ein paar awards und so ein scheiß aber das ist nur so weihnacht dass nur christbaumkugeln und das ganze schulhaus ist nicht mal ein baum wert das ist einfach so schrott das kann ich nicht nachvollziehen und ich weiß nicht wieso er so angestellt wird ich kann mir schon vorstellen so mit dem direktor vorstellungsgespräch guten tag sie wollen hier eine stelle erzählen sie mal etwas über ihn ja hallo mit sieben jahren da ging es für die schule dann mit zwölf gegen die oberstufe dann bitte ein bisschen kürzer herr ok als ich siebzehn war und auch scheiße da steht da kommen die kommen die anderen ja ok wo waren wir stehen geblieben äh ja also ich siebzig jahre alt war moment ich bin aufrecht siebzig ja also siebze war habe ich meine frau verlassen ich habe mich bis heute nicht davon erholt und ich will es auch gar nicht an den schülern auslassen ok will ich doch aber ich habe im lotto gewonnen und kriege ich den job ja ich würde sagen sie sind wirklich sie klingen wirklich sympathisch also essen sie auch gerne macaroni ja macaroni ganz 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 dick ja so ich denke wenn wir sind beide macaroni fans sie sind eingestellt und so war die geschichte eigentlich gewesen wieso er zum leder kam und wieso er uns heute foltert hat schlimme kindheiten vergangenheit und so das hat immer auswirkungen auf die zukunft also auf uns und ich finde das irgendwie moralisch gekackt ok aber das nicht wirklich das moralisch verkackt also wir haben hier jetzt weibliche spieler ja schüler ja 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 das sind immer mädels schau das sind mädels für touch but touch the bat man äh tatsch der bach bach ba dich und dann ich habe alle zeigste ich habe alle sachen bekannt man auch was schön ist das alle wollen okay wirklich ah ich habe Kartoffel warte amal schau mal schau mal schaue mal das ist ein tisch mit lapis lazuli die kann geschenkt gerade so Wow, das ist wie Weihnachten. Haben wir hier überhaupt einen Ofen? Was war das? Ja, ich glaube hier unten hat es einen Ofen. Ja. Ohne Witz. Ah, das ist geil, wir haben einen Ofen. Ja, hast du Holz? Ja, ist 16. Kannst du mir 2 geben? Das reicht schon. Okay. 2. Ja, okay. Also, ich glaube das mit dem Brandname Jigas habe ich, also das ist kein Brandname, das ist einfach so, ähm, unsere Gruppe wird so heißen, Jigas, bei jeden LPT's, momentan, also Jigas, die frühere Gruppe hat sich aufgelöst, leider, weil Aids, und... Nein, 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 das ist falsch. Das war wegen Kribol Aids, also du musst das schon richtig ausdrücken. Kribol Aids. Kribol Aids, Kribol Aids. Alle Mögen, das ist Kribol Aids, es ist... Ball Bates. Wieso, wieso hat es hier nur so einen Ofen, ich meine jetzt, jetzt streiten wir eh wahrscheinlich. Jetzt, ich wette, die nimmt, das ist ein Eisen weg. Nimm ein Eisen weg, oder? Nimm es ein Eisen weg! Jetzt zieht sie sich sogar aus. Äh, gehst du jetzt eiskalt in den Kampf rein? Äh, das bin ich nicht. Ich bin auch auf der Insel und, äh, ja. Okay, zum Glück, ne, nicht, dass du einfach unnötig stirbst. Wir haben hier noch, ähm, Ressourcen. Die sind jetzt schon alle abgebaut, nice. Äh, was jetzt mich wundert, die ist hier etwas Spezielles, das ist hier so ausgekleidet. Oh, das ist TNT! TNT, boi, boi. Äh, willst du, willst du bessere Rüstung haben? Ich hab dir sonst was. Ja, ich bräuchte ein wenig, ähm, bessere Rüstung. Oh, hier, KFC. Oh ja, ja, KFC. Nein, das ist Live-Ferbo. Ich habe hier, ich habe hier eine Textur KFC. Ich habe hier ohne Scheiß KFC als Chicken. Ich weiß nicht, wieso, ich habe KFC als Chicken. Also, ich war noch nie im KFC, sagt mir in den Kommentaren, wie KFC ist. Und, ja, KFC. Wir leben auch in der Schweiz, ist schon klar, dass wir nicht wissen, wie KFC schmeckt, ist. KFC ist halt Kentucky Fried Chicken, weißt du? Ja, Kentucky. Und was zum, dort ist Lava? Äh, können wir hier nicht etwas in die Luft sehen oder so? Ich möchte gerne BOOM sehen. Wieso? Nein, 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 hey, warte, 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 warte. Ja, ich, äh, ungewollt und... Warte, 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 lassen wir diese Brücke, TNT-Brücke, sobald die hinüberkommen, die kannst du schnell abbauen. Achso, ja, one, one hit. Äh, du hast dich zufälligen Bogen, weil da drüben sind zwei Leute. Ich hab ne Angel, ich hab ne Angel für dich. Ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne Angel. Ja, ich mein, okay, das ist gut, weil, ne, kannst du Distanz bekommen. Ist einfach taktisch, also... Ähm, sollte eigentlich hier ne Kiste sein oder jemand tot sein und der sollte ganz, seine ganze Scheisse haben. Die Angel kommt doch bis da hinten. Ähm, was ich, was ich jetzt einfach will, ist, ähm, Lava Eimer, da können wir den Typen da easy wegbrutzeln. Ich hab sogar ein Lava Eimer. Ach, da können wir da wegbrutzeln wie ein Ofen. Ja, wo, wo, wo? Oh, shit, der, 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 der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss. Euer Sommelor. Schutzwand, Schutzwand, ja, ich hab keine Schutzwand, Schutzwand. Äh. Schutzwand, Schutzwand. So. Meine Schutzwand ist TNT, ja. Ja, ist völlig Dschihadisten-mäßig, Alter. Malag Böch. Ich hab nichts gesagt. Ich würde diese Witze nicht sagen, Alter. Okay, okay. Ich habe einige Zuschauer, die sind, ähm, empfindlich gegen solche Witze. Okay. Oh, fuck. Ähm. Ähm, Lava ist weg, oh, dort ist Feuer, dort ist Feuer. Ja, gut, wie kommen wir jetzt da rüber, wenn die, ah, die Lava ist schon weg. So, TNT hat sich herangezündet, pass auf, pass auf, TNT hat sich herangezündet. Nein, 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 nicht TNT, TNT. Alles klar, alles klar. Nein, ich meine die, die dort. Aber die kann uns nicht hören, die versteht, ich, ich hab kein Problem für ihn. Ja, die, ja, ja, okay. Ähm, ja, Chin, noch, äh, noch eine Info, ähm. Ja, was für eine Info? Was ist mit, ähm, M.A.Punkt, äh, T. Er hatte gesagt, er hatte gesagt, er wolle nachher weiterzocken, oder? Ja, nein, nicht das, sondern, ähm, mal mitmachen in einer Aufnahme. Ähm, ne, ich, ich denke nicht, dass der, der Typ ist, oder hat er schon Lust. Also, ich muss ihn fragen, hab ich, ich meine... Lust hat er schon, Lust hat er schon, Lust hat er schon. Lust hat er schon, ja, der kann er sich aufnehmen. Aber lieber GTA, dass das dann was anderes ist. Das können wir sagen. Da GTA ist viel, ähm... Es geht um einen Freund von uns. Und, äh, Kollege hat, ähm, Tisa Vuku hat, äh, GTA 20 für mich gekauft. Ich meine, Grafikkarte GTX 590. Äh, das ist wirklich nett von dir, also, ja, jetzt hab ich, jetzt hab ich die Grafikkarte. Ja. Ähm, ich wollte ihn unterstützen. Schleichwerbung. Ähm. Ich wollte ihn runter... Achtung. Also, ich bin es noch. Also, wenn ich mir so die Welt von oben anschaue, ist die schon ziemlich geil gemacht. Wäre da nicht wieder, aber, ja. Das ist, ähm... Ja. Es ist, wie es ist, ja. Warte, ich klatsche ihn weg, auch wenn ich schwach bin. Ich klatsche ihn weg. Okay, ich bin gestorben. Ich wollte meine Teammates beschützen, weil sie so gut dran sind, weil, weißt du, da so ein Mega-Schutz... Äh, ich denke, diese Folge sollte eigentlich gut sein, auch wenn das Minecraft ist, wir haben nichts... Doch, wir haben schon irgendwelche Action gemacht. Ja, wir haben meistens die Infos für heute gesagt, sonst, äh... Die Infos für heute gesagt, und ich kann jetzt endlich mein Video schneiden. Jaaaa! Ne, verdammt, ohne Scheiß, ich brauch, ich brauch Zeit für, für schneiden. Also, ich schneide jetzt, äh, dieses Video nicht, ähm, uncut und so. Wir haben die ganze Zeit durchgehend gelabert. Ja, das ist so, ja. Und, ich meine, ich hab jetzt noch, ähm, ich hab morgen noch Stress mit, ähm, Dings und so. Es, 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 es gibt vieles herum, okay? Ah, Mann. Ich sag euch, es ist einfach viel, ja. Ist, ich glaub, das ist völlig normal. Ich meine, ich bin jetzt schon, schon mittlerweile 18 und so. Das gehört halt zum Leben dazu, dass man, ähm, Kack den in den Arsch bekommt, ohne Gleitgel. Also, das war die Folge für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit WUKU. Er wird jetzt zukünftig Videos hochladen, Jan Plays vielleicht, vielleicht auch. Ich werde ihm wahrscheinlich auch die Berechnung dazu noch geben, dass er auch noch, ähm, Videos bei mir hochladen kann. Und, äh, G-Guys, also LPT und WUKU kann Solo bei mir auch noch hochladen. Einfach, ähm, ja, Minecraft Let's Play. Ich weiß nicht, wie er seinen Titel, doch er hat schon gezeigt, wie er seinen Titel machen wird. Darum wird das auch selbstverständlich sein, ob das WUKUs Video ist oder nicht. Also. Ja. Ähm, ja, das ist, ja. Ja, ähm, ich, ich meine, Spaghetti und Schnitzel ist bloß die Schnitzel von der Schweiz. Und Pizza mit Haaren, ja, das, ja. Oh mein Gott, Pizza mit Haaren, nicht ein Albträume. Oh ja, wir müssen noch über Albträume reden. Ja, das ist eine andere Geschichte, da können wir ans Recht machen. Ja, das wird noch ein neues Thema sein, Albträume. Ja, gut. Okay, gut, ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.